Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder mit Jesse und wir schauen uns jetzt gemeinsam ein kleines Update für den Baba und den besten Bildern. Das ist ja dieser Speed-Hotor kombiniert mit dem Waker Z und hier haben wir eine kleine Modifikation für alle, die gerne mal ihr Glück in den großen Nephilimportalen in den höheren Stufen versuchen möchten. Da müssen wir ein bisschen was austauschen, unter anderem Kanais Würfel, Aquil Karatz rein, den Hotor haben wir in den Würfel rein und dann können wir die Istvans Schwert Kombination einfach anlegen. Wir seht die Schwerter sind zwar nicht perfekt gerollt, dass ihr nicht urlt oder so, aber es reicht auf jeden Fall schon mal für die hohen Portale. Was hier wichtig ist, ein bisschen Flächenschaden und genügend CDR, damit ihr eure Rotation schön performen könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, von welcher Rotation redet ihr überhaupt, das schauen wir uns natürlich gleich in den großen Portal nochmal an. Aus einer guten Spielszene kann man das gut ableiten, wie sich denn diese Skillung in Kombination spielt. So, jetzt nochmal der wichtige Hinweis, wie gesagt, das Ganze bietet sich erst so ab 85, 90 rum an. Davor lohnt es sich einfach nicht hier das Ganze zu spielen, denn es macht einfach sehr sehr viel Schaden und dafür dauert es ein bisschen, weil der Schaden aufgebaut werden muss. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt hier mal an. Wir sind hier in ein größeres Portal rein, ich glaube es war so 96 war es rum. Und hier seht ihr, wir machen folgendes. Wir chargen zwischen den Mobgruppen immer wieder hin und her, schauen, dass möglichst viele Gegner zusammenlaufen. Und dann, sobald unser Zusammenkunft der Elemente Ring auf Feuer switcht, haben wir so ein kleines Zeitfenster von 4 Sekunden, wo wir richtig hart zuschlagen mit unserem Hammer. Hammer natürlich in Kombination mit den Raker Stacks. Also hier mal ganz kurz ein bisschen ausgeholt, für alle, die es vielleicht nicht wussten, jedes Mal, wenn wir anstürmen, erzeugen wir einen dieser Raker Stacks bis zu einem Maximum von 100. Das heißt, wir können maximal 100 dieser Stacks speichern. Wenn wir jetzt einmal mit Hammer zuschlagen, werden 5 davon genommen. Das ist immer die maximale Anzahl. Ein Stack gibt 2800%, sollten Sie das Set nochmal buffen, ist es halt mehr oder halt dementsprechend weniger. Aber aktuell ist es so, mit 5 Stacks einmal zuschlagen, 14.000% mehr Damage auf den Hoter Hammer. Dann kommen noch alle anderen, ja, Multiplikationsfaktoren dazu. Das ist jetzt mehr oder weniger uninteressant. Für uns interessiert nur, wenn wir zuschlagen, verlieren wir 5 Stacks. Das bedeutet also für uns, wir müssen natürlich so viele Stacks wie möglich aufbauen und in diesem Zeitfenster, wo Zusammenkunft der Elemente dann aktiv ist, wo das auf Feuer aktiv ist, weil wir ja Feuerschaden machen, da hauen wir ein paar Mal drauf und da kommt der richtig gute Schaden rüber. Zusätzlich haben wir noch den Vorteil, besonders für Elite-Gegner oder später dann aber auch für den Wolf-Guardian, dass wir mehr und mehr Schaden aufbauen, weil wir natürlich mit dem Verderben der Geschlagenen spielen. Das bedeutet also, jedes Mal, wenn wir ein Ziel angreifen, kriegt er mehr Schaden und mehr Schaden und mehr Schaden. Das heißt also, wenn wir jetzt hier die Ziele anstürmen, niederhämmern, baut sich der Schaden immer weiter und weiter auf. Erheblich für den Speed und auch, ob sich der Wolf schafft oder nicht, ist dann natürlich auch ein bisschen mit die Mob-Dichte, denn je mehr Gegner zusammenlaufen, umso besser für uns. Das liegt auch am Kampfrausch und an der Rune, dass das Ganze dann hier einen enormen Flächenschaden, das ist dann immer so eine Explosion. Und plötzlich sind alle Gegner weg, macht, also das ist natürlich für uns sehr, sehr entscheidend, wenn das Ganze hier ein bisschen hart reinquittet. Das bedeutet also, so wie hier im Hintergrund, haben wir zwei Packs zusammengezogen. Ihr seht schon, von der Zeit her fehlen noch ein paar Prozente. Hier wird mal reingeschlagen und die Explosion rammt alles weg. Also es ist am besten immer, die Elite-Gegner kombiniert mit vielen Trash-Mobs zusammenzuziehen, um hier vom Schaden am meisten zu profitieren. Und das Ganze gilt natürlich besonders beim Rift-Guardian. Hier schauen wir uns das schon mal an. Ihr seht, wir klopfen einfach mal auf den Boss drauf, ohne, dass wir jetzt hier eigentlich Raker-Z-Aufladungen haben. Das Ganze hat den Grund, wie schon gesagt, wir spielen mit verderbenden Schlagenen. Das bedeutet also, jeder Angriff erhöht unseren Schaden weiterhin. Das ist so ein Deep-Buff, der auf den Boss einfach hochstackt. Und hier klopfen wir mal so eine Minute, circa abhängig von der Zeit von dem Boss und der Rift-Stufe, klopfen wir hier mal schon ein bisschen drauf, um einfach den Stack nach oben zu treiben. Nachdem wir das dann ein bisschen gemacht haben, beginnen wir den Boss wieder zu chargen. Das heißt also, wir holen uns die Aufladungen vom Raker-Z zurück, weil die brauchen wir ja anschließend. Also ihr solltet, besonders beim Rift-Guardian, da solltet ihr schon so 50 Aufladungen vorbereiten, damit ihr dann auch wirklich mal durchziehen könnt. Also wir chargen hier ein bisschen fleißig hin und her, um hier genügend Aufladungen zu sammeln, damit wir dann alle Cooldowns in Kombination, bedeutet also der Elementar Ring auf Feuer, unser Berserker, wird einfach alles gezogen und dann kriegt der Boss hier mal richtig eines von den Latz geknallt. Da sehen wir jetzt auch gleich, die Zeit läutet ein, um das hier ein bisschen spannender zu machen, reißt sich auch der Countdown an. Wir haben hier jede Menge Stacks schon aufgebaut, das heißt also für uns jetzt kommt gleich die spannende Phase. Positionieren uns noch gut. Ich würde euch selbst empfehlen, in der Frost-Phase bereits die Cooldowns zu ziehen für ein kleines Delay. Dann kann man das hier ein bisschen ausgleichen, ist somit kein Problem, aber für uns, wir ziehen hier einfach alles und dann geht der Boss einfach mit wenigen Schlägen komplett down. Also um das Ganze mal zu sehen, wir haben es hier nochmal in Zeitlupe auf 50% Speed runtergefahren. Seht schon, wir chargen, wir chargen, wir chargen, die Frost-Phase ist aktiv, wir werfen alle unsere Cooldowns an und dann wird hier mal richtig hart zugehämmert. Ihr könnt es schon an den Zahlen sehen, da kommen die Billionen Schaden raus. Es ist komplett irrelevant, wie viel Leben da der Boss hat. Er wird einfach umgeklopft. Und das Ganze schauen wir uns jetzt vielleicht nochmal ein bisschen im Detail an. Also wie schon gesagt, wir nutzen den Verderben der Geschlagenen und pro Angriff erhöht sich hier der Schaden. Und besonders beim Riffguard, den am Ende, der ja sehr, sehr viel Leben hat, da klopfen wir einfach ein bisschen drauf, unabhängig davon, ob wir die Rager Stacks haben oder eben nicht, um einfach hier den Gamp nach oben zu pushen und dann bauen wir die Stacks auf und anschließend mähen wir dann einfach den Guardian nieder. Falls jetzt die Fragen kommen, sollte Wix den Season Buns aus damals, aus der Season 12, Wix Bugusing und sonstiges, könnte der Barbar mal der Riffguardian Killer werden? Ich glaube, dafür macht er einfach in der Gruppe zu wenig Schaden auf den Guardian selbst. Also wenn wir da nochmal so auf die Talente schauen, auch wenn der Zusammenkunft der Elemente und das Ganze in Kombination natürlich gut Schaden macht, verhältnismäßig zu einem Nekro-Dämonenjäger oder so, ist es halt einfach leider noch zu wenig. Finde ich schade, also Barbar wird weiterhin nur die Supportrolle machen, obwohl er eigentlich vielleicht mit ein paar kleinen Buffs definitiv das Potenzial dazu hätte. Hier muss man ganz kurz in das Passive schauen. Wenn euer CD-Ehrwert noch nicht so hoch sein sollte, also die Abklingzeit noch ein bisschen besser sein könnte, könnt ihr auch gern hier das Passive tauschen. Da habt ihr nochmal 30 Sekunden auf euren Berserker, damit eben alles ready ist, wenn ihr die Stacks aufgebaut habt, den Damage aufgebaut habt und dann dementsprechend den Gegner töten möchtet. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass das Ganze gut kombiniert passiert. Also wir sehen hier schon, wir haben hier so Normal-Waffen. Also wenn die Waffen ein bisschen höher wäre, unser Durchschnitts-DPS ist verhältnismäßig noch relativ niedrig. Wenn das Ganze noch ein bisschen steigt, dann sind auch 100er oder 100-plus-Werfts kein Problem. Aber natürlich so Richtung 100 ohne uralte Waffen zu gehen, ist natürlich ein bisschen strange. Also das könnte dann ein bisschen besser laufen. Ansonsten hier genügend CD-Ehr mitnehmen, so zwischen 45-50% rum, je nachdem ob Passive oder nicht Passive. Flächenschaden, wo Flächenschaden drauf geht und dann seid ihr hier schon mal definitiv auf der sicheren Seite. Ja Freunde, dann wären wir jetzt auch schon am Ende angekommen für das kleine Update. Also für alle Barbaren unter euch, versucht es mal. Glaubt mir, es lässt sich damit echt entspannt Greater Rifts machen. Natürlich müsst ihr auch ein bisschen fischen, aber das ist sowieso normal, sobald es hier in den 90er oder 100er Bereiche geht. Sollte euch das Ganze nicht so gefallen, es gibt noch ein paar Alternativen auf der linken Seite. Die Playlist, wie schon gewohnt, da sind alle Barbarskillungen drinnen, die man denn so in Diablo spielen können. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, immer gerne, immer her damit. Und ich wünsche euch jetzt wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.